Was geht Freunde? Mein Name ist Lukas. Ich bin Lukas. Den sieht man jetzt auch endlich mal. Und wir sind PTCGA und wir haben heute ein ganzes, ein besonderes Special für euch. Denn wir haben ein riesiges Paket bekommen von unserem neuen Sponsor von Ultimate Guard. Unglaublich. Wir haben gesagt, ja Lukas, du hör mal zu. Wir schicken euch jetzt ein fettes Paket. Und da dachten wir uns, wir machen jetzt so ein kleines Unboxing, wo wir euch so ein bisschen die Produkte erzeigen. Also Lukas, du darfst uns als erstes das Produkt in die Luft werfen. Na gut, Lukas, auf was hast du denn Lust? Ich weiß nicht, also mich juckt es irgendwie so, ich habe so Lust auf eine geile Deckbox. Auf eine Deckbox? Also Deckboxen sind ja heutzutage wirklich gute Deckboxen. Schau ich mal kurz in meinem Lager nach, ob ich noch was da habe. Du hast für grant, Lukas, ich habe eine Deckbox. Mein Gott, Leute. Also wir haben hier eine Deckbox zugeschickt bekommen. Das ist nicht nur so eine Single Deckbox, das ist hier eine tatsächlich mit dem schönen Brand Ultimate Guard. Flip and Tray steht da drauf, Lukas. Was sagst du dazu? Boah, da flippe ich gleich aus. Ja, ich würde sagen, machen wir die mal auf. Machen wir die mal auf. Also wenn du hier, also schon beim Aufmachen, sehen wir schon hier, edel, edel. Ist das Leder? Ich glaube, ist das echt Leder? Ich weiß nicht. So Leute, also das hier, wie man hier auf der Verpackung erkennen kann, ist das so als Tower gedacht, dass man das Ding so aufstellt. Also wenn jetzt mich nicht meine Sinne täuschen, ist hier so ein Magnetverschluss und dann tatsächlich ist das jetzt hier ein schöner, äh schön grau, schöne Innenseite eigentlich ganz gut. Ziemlich geil, ja. Wirkt auch kompakt. Soweit ich das jetzt richtig verstanden habe, kann man hier zwei Decks reingehen und hier kommen dann die Würfel und alles rein. Und das nimmt man dann alles so raus. Ich habe hier so ein paar Würfel. Nice Würfel. Mh, genau, das ist alles. Legen wir da aber halt alles rein. Auf geht's. Ja, okay. In die Schachtel. Also natürlich ist jetzt die Frage, wie, ob sich das irgendwie vermischen wird oder ob das aufgeht, das können wir dann im Belastungstest machen. Also wird das jetzt mal reingesteckt hier. Hier wunderschön jetzt mal ein Deck mit den rosa Sleeves, das schlägt sich nicht hin, aber es scheint eigentlich cool aus. Äh, gebe ich das jetzt hier irgendwie rein und dann mache ich das zu, wie ich sage, oder? Ja, ganz genau. Okay. Schütteln wir mal wieder so. Ja. Wie das so in der Reisetasche halt abgeht, ne? Ja. Und wir sehen sogar bei einer extremen Belastung hier. Ziemlich extrem, weil Luca ist schon ziemlich stark. Das geht einfach, also die Magnete, die halten schon. Also ich würde mich eigentlich ein bisschen anstrengen, wie das hier auch ging. Und wie wir sehen, TAP! Unglaublich immer noch alles perfekt. Ja? Und fliegt auch nicht raus. Es ist eigentlich ruchschfest einigermaßen. Ich glaube, das ist so die Deckbox. Ja. Überzeugt mich jetzt im Test sehr. Ja, finde ich auch gut. Werde ich auf jeden Fall, werde ich auf jeden Fall bei der nächsten Turnier verwenden. Ja. Gut. Ich glaube, grün gefällt mir eigentlich ganz gut. Vielleicht nehme ich mir doch. Ja. Schauen wir mal. Gut. Also Lukas, ob was du denn jetzt Lust hast und ich im Lager nach? Boah. Schau bitte im Lager nach. Ja. Ja. Oh! Weißt du, was mir wirklich fehlt? Oh, was denn? Was denn? Ja. Hier fehlen Schutzhüllen. Schutzhüllen. Ja, Schutzhüllen. Muss ich erstmal runter gehen in den Keller. Ja. Geh mal in den Keller runter. Ja. Geh mal in den Keller runter. Ja. 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 80s Leaves. Das Ganze schaut dann echt angenehm aus. Ja. Ja. Also wenn man sich die jetzt in die Hand nimmt hier. Also man merkt schon. Auch hier so, wenn man reist, da geht eigentlich nicht so leicht was kaputt. Ja. Man sieht das Logo sehr schön durch. Finde ich bin ich auch ein Fan davon. Ja. Kannst halt nicht rummeln. Ja genau. Probier du das doch mal aus. Ich mach das auch mal. Ja. Das ist schon ziemlich gut. Und wenn du dann halt ein 60-Kartendeck hast, du siehst ja wie flüssig das geht, oder? Ja, das geht schon gut. Also das Mischen wird dann schon sehr angenehm sein, denke ich. Ich bin überzeugt. Ich kann dir schon mal sagen, Ultimate Guard vielen Dank für dieses tolle Paket. Das bereitet mir tief in den Guard eine große Freude. Das ist irgendwie voll komisch, weil es ist eigentlich, es ist halt matt. Es rutscht mit Kontrolle, ja. Ja. Ja, weil es ist, es ist irgendwie, es geht halt leicht, aber du hast nie das Gefühl, dass du den Halt verlierst. Das ist schon gut. Ja gut, dann machst du es mit den Sleeves oder geh mal noch kurz her, dann kann ich die wieder in meinem Bein zurückgeben. Weil, also der, das brauche ich ein bisschen, der ist nicht von Ultimate Guard. Und wie man so hier sieht, ja, der ist nicht besonders langlebig. Ich gebe jetzt hier die Karten noch irgendwie rein. Tu das. Aber wer weiß, vielleicht kriegen wir... Du hast aber wenige Pokum-Karten. Ja, ich habe nur, ich habe meine ganzen Puppen-Karten an einen guten Freund verkauft. Ja, Shoutouts an den Mark. Ja, hallo Mark. Ähm, also ich weiß nicht, ich habe schon öfter, ich bin jetzt schon die zwei. Also, ich muss echt mal Ultimate Guard-Sleeves da auch ausprobieren, weil ich glaube, dass die langlebiger sind als dieses Ding hier. So, Lukas, ab ins Lager mit dir, weil wir haben noch etwas übrig, ne? Ja, dann geh ich mal wieder ins Lager. Was brauchst du denn? Ähm, ich denke, wir nehmen jetzt mal eine Playmat. Warte, es liegt im anderen Regal, da brauche ich ein bisschen. Achso, danke, ja, ja. Währenddessen kann ich euch ja unser liebes Publikum unterhalten. Ihr habt's schon. Ah, das ist ja auch schon. Ja, das ist ja auch schon. Ja, das ist ja auch schon. Ja, das ist ja auch schon. Da haben wir einen Playmat bekommen, ne? Ja. Also, wenn wir uns das jetzt hier so durchlesen, sehen wir schon mal, also alles auf Englisch, ja, sehen wir extra dick. Extra dick. Extra dick. Ja. Extra dick. 2 Millimeter Matte. Millimeter. Millimeter. Und wir haben die jetzt hier eh schon ausgepackt. Ja, genau. Das heißt, wir ersparen uns jetzt das Unboxing hier. Schaut euch, also schön. Und packt auch verpackt. Ja, natürlich. Dass die nicht kaputt gehen soll im Transport. So. Also, wir drehen das jetzt mal um, ja, dass der Lukas das in der ganzen Pracht hier betrachten kann. Boah! Was sagst du denn zu diesem Logo? Ja, also, ich finde es eigentlich ein bisschen schade, dass die mich da aufs Logo gegeben haben. Spaß beiseite. Ein bisschen mehr Haare habe ich dann schon noch im Kopf. Ja, aber nicht mehr in 10 Jahren. Ja, nicht mehr in 10 Jahren. Ja, schlechte Rede. Was sagst du denn so zur Geschaffenheit dieser Matte? Also, wenn du es jetzt so anschaust, die Dichte. Also, die ist auf jeden Fall dicker als normale. Wir haben jetzt auch einen Vergleich hier. Ja, genau. Von einer offiziellen Pokémon Matte. Die ist sogar etwas kleiner, die offizielle Pokémon Matte. Also, hier. Definitiv ein Unterschied. Ja. Und auch, wenn man, ich weiß nicht, wenn man jetzt mit denen so... Man sieht einfach, wie sie fallen. Also, ich halte jetzt beide hier mit dem gleichen. Das hier ist eindeutig. Man sieht's, ja. Das hier ist schön sauber. Das ist wie so ein Fehnchen im Wind. Schau. Es fällt gleich rum. Schon weg. Schon weg. Ja, es ist schon weg. Oh, wenn du lass hier den Wind. Ja, das fällt nicht. Nein, das fällt nicht. Das ist stabil. Nein. Den kannst du im Lader lassen. Ja. Also, Playmate überzeugt mich auch. Vielleicht gibt es da mehr Logos davon oder so. Ich glaube, dass sie auch Blanco Playmates haben. Ich finde es auch gut, dass sie ein bisschen größer ist. Ja, das finde ich auch. Aber wir nehmen halt besser zu groß als zu klein. Ich bin sowieso ein Spieler, der auf jeden Fall sehr viel Platz verwendet. Und dann immer sehr mit dem Platz nicht sehr sparsam. Ja. Also da für diese Playmate gibt es eigentlich auch eine positive Rezession. Werde ich auch auf jeden Fall auf meinem nächsten Turnier dazu verwenden. Und in den meisten Stellen hat man dann cool Platz für irgendwelche Unterschriften von Bekannten YouTubern wie Luca Schuster oder Luca Speer oder Matthias Michel. Ja, oder unserem Bro, den wir hier in der Party. Ja, also, Grüße gehen an den Party hier raus. Oder natürlich Maximiliano Puglies. Aka, Funke Maxi TCG. Maxi Mann. Kann man da alles draufhauen. Das hauen wir euch natürlich auch alles in den Scriptschirm. Genau. Jetzt muss ich wirklich sagen, auf eine Sache, jetzt fehlt mir nur noch eine Sache. Ja, auf die hätte ich wirklich Lust. Oh Gott, jetzt kommt's. Jetzt, auf die hätte ich wirklich Lust. Und weißt du, das ist, ich habe mir schon immer gedacht, Schmuck ist doch was Schönes. Ja, Accessoires sind mir schon wichtig. Hat Ultimate Guard auch irgendeine Art Accessoire für uns, Luca? Ja, Lukas, lass mich das mal im Lager nachschauen. Ja, ich, ich, ich lass dich kurz nachschauen. Boah, da ziehst du das. Boah, das gab's dir hier. Ich brauche die Kölnchen. Ja, das geht gut. Ja, passt. Ich hab's. Okay, er hat's. Boah, das war jetzt aber angeschön. Aha, ich ess. Da, ich hab tatsächlich was gefunden, Leute. Und zwar, Bimmi Armbänder in allen möglichen bunten Farben. Das war natürlich, um ein bisschen Werbung zu machen, auch für Ultimate Guard, dass wir zeigen können, dass wir gesponsert werden von denen. Ich find, das sind eigentlich alles unterschiedliche Farben, wie sonst die beiden Orange sind. Ja, die zwei schwarzen. Die zwei schwarzen auch. Die wilden Kerle, ja. Was? Ach so, ja, stimmt natürlich. Ja, wilden Kerle, schwarzer Rausch. Zum Beispiel, ich find jetzt dieses, dieses Türkise hier sehr passend, weil das passt eigentlich ganz gut zu meinen, den restlichen Armbändern hier an der Hand. Ja, damit werden wir dann natürlich auf der Weltmeisterschaft rumlaufen, um unsere Teamzugehörigkeit zu zeigen und mit welchem Equipment wir ausgestattet sind. Na gut, also, was ist so dein Eindruck von den Ultimate Guard Produkten? Ja, sieht auf jeden Fall ziemlich qualitativ hochwertig aus. Ja, ja. Und ja, ich freu mich schon, sie in Aktion zu testen. Das ist ja bald so weit, Leute. Bald ist die Weltmeisterschaft. Bald fliegen wir in neun Tagen. Guten Tag. Nur neunmal schlafen. Hallo, wir freuen uns schon. Oh, mein Gott, ja. Wir nehmen natürlich das ganze Equipment mit und ja, dann könnt ihr das auch vor Ort, euch anschauen, wie das so aufgebaut ist und alles. Ziemlich reißfest auch noch. Ja, natürlich. Na gut, Leute, ich glaub, das war's nun so. Ich glaub, das war's wirklich, ja. Im Lager, ich hab jetzt noch mal nachgedacht. Ja, schau noch mal kurz nach. Schau mal wieder nach, weil das leider nichts mehr drin ist. Also, wenn euch Videos dieser Art gefallen, so Unboxings oder Vorstellungen von irgendwelchen Materialien, was auch immer. Dann müsst ihr Ultimate Guard anschreiben, dass sie uns mehr zuschicken. Ja, zum Beispiel das. Oder gebt uns ein Thumbs abwerfen und lasst ein Abo hier auf unserer Seite. Wir werden uns darüber freuen und schauen, dass wir euch in Zukunft noch mehr von solchen, wie sagt man das, Product Openings? Einfach Unboxing und Zeug. Wenn ihr Bock habt, können wir unseren Competitor Back auf den Worlds unboxen. Das werden wir machen, das hört sich gut an. Haut mal ein Hashtag Unbox-das-Zeug in die Kommentare, wenn ihr das wollt. Ja, das war's nun zur Seite. Ja, eigentlich schon. Tschüss und Baba. Tschüssi. Mal hier. Tschüssi.